Gut, dann gehe ich mal in das Quechsaus. Okay, wir scheinen richtig zu sein. Los, überall suchen. Sie muss irgendwo hier sein, ganz bestimmt. Okay. Ich muss ehrlich sein, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Wer auch immer die Türen so macht. Und wer soll hier sein, René? Oder die Amara, oder wer? Suchen wir weiter, wir dürfen nicht aufgeben. Das ist verschlossen. Aber wo ist sie bloß? Da ist zu viel Wasser. Okay. Was ist das hier? Liebe Adele, auch heute hat das Mädchen stundenlang vor der Küche gestanden. Armes Ding, ich habe ihr was Süßes gegeben. Sie hat's gegessen, ohne was zu sagen und ist weiter stehen geblieben. Irgendwas stimmt da nicht. Erst kam sie nur ab und zu, jetzt ist sie jeden Tag hier. Ich gehe jetzt weg. Der Arzt ist nicht da. Er kommt heute Nachmittag. Sprich du mit ihm. Ähm. Ames Ding. Verloren in einer Traumwelt. Sie war noch ein Kind. Ähm. Nie war jemand zärtlich zu ihr, im Gegenteil. Bestraft hat man sie. Sie nannten sie gestört, krank. Sagten, dass ihre Träume ekel erregten. Noch nicht mal die Träume ließ man ihr. Ich brauche sie. Sie. Wir werden sie finden. Wir finden sie doch, oder? Wenn das Wasser der Duschen nicht schön warm war, dann haben wir uns alle beeilt. Aber wenn es schön warm war, dann kam sie zu Renée in diesem grausamen, grellenweißen Licht. Ihr Körper an meinen. Ich fühle es immer noch jetzt, das Schaudern. Alles muss genauso sein wie damals. So wunderschön. Dann kommt sie zu uns zurück. Was? Was? Ich glaube, hier ist auch ein Plan, oder? Achso. Ja. Ähm. Tür schließen. Zweimal drehen. Tür schließen. Tür schließen. Und dann... Was war dann? Ähm. Ähm. Was ist das denn? Oh Gott. Also, das... Und dann. Achja. Oder? Ja? Jo? Anno? Ja? 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 Wir müssen das Wasser in den Waschräumen aufdrehen und das Warmwasser anstellen. Die ganze Anlage war in der Nähe der Küche. Ja, wir haben doch. Jetzt ist es glaube ich eingestellt, oder? Oder muss ich dann noch irgendwas machen? Hm. So, unten habe ich jetzt alles gemacht. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jemand eine Idee? Okay. Ich hab doch jetzt eigentlich unten alles angestellt. Oder muss ich hier noch irgendwas? Ich hab alles gemacht, oder? Hier kann ich auch nichts mehr machen. Hat jemand eine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich bin gerade echt befragt. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade auf dem Weg. Bei der Küche. Ja gut, wir treffen uns dann mit Ihrem Duschraum. Okay. Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit Ihrem Duschraum. Ähm, okay. Wo ist jetzt der Duschraum? Ist das unten, oder? Oh, hier? Nee. Da war ja nichts mehr, ne? Da war auch nichts. Ähm. Das war gerade verschlossen, oder? Oder? Durch den Flur in die Küche. Ja. Okay. 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 Alles ist fertig. Jetzt ziehen wir uns aus und hängen unsere Sachen auf die Kleiderhaken. Okay. Jetzt drehen wir das Wasser auf und alles wird wie damals sein. Okay. 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 Ich mach nicht. Amara war all das, was ich hätte sein können. Aber sie war nicht mehr da. Ich hätte gern alles, was ich tat, ungeschehen gemacht. Stattdessen habe ich es wieder getan. Immer wieder. Es war meine Schuld und sie ist aus meinem Leben verschwunden. diese Brühe war es genau so. Beide haben Sie von einem Geben Boden. Es geht weiter. Das Leben wird glücklich. Ich werde das Leben gut und ich werde das Leben helfen. Vielen Dank.